Weißt du nicht, was ich vor 30 Sekunden... Ach so, Essen? Ja, ja, ich werde mir dann um 22 Uhr was zu essen bestellen. Ungefähr, heißt den Rechner, um 23 Uhr ist es da. Und dann um Feierabend kann ich was essen. Auf die Pizza. Ja, genau. Nee. Bestell mir dann um 22 Uhr eine Pizza. Baut ungefähr eine Stunde hier bei uns. Und dann kann ich heute Abend lecker Pizza essen. Was das draufkommt? Also auf die Pizza kommt drauf. Ich meine, jeder kennt die regulären Pizzen. Ich bin eigentlich ein Fan von Diabolo. Aber wenn ich mir eine Pizza bestelle bei meinem Bringdienst, liebe ich es, Hollandaise-Pizza zu nehmen mit Schinken und Spargel. Schinken und Spargel. Würde ich sehr, sehr geil. Pickles305 hat 5 Euro gespend und sagt, bester Twitcher, danke dir für die gute Unterhaltung. Freut mich, wenn es dir Spaß macht, du zu schauen. Vielen, vielen Dank für deinen Support in den Stream. Vielen, vielen Dank. Wo kommst du her, Marco? Ich komme aus demnächst von Hannover. Gestern habe ich nicht gestimmt. Nee, stimmt. Ich meinte vorgestern. Also habe ich gestern... Gestern, natürlich, da kann ich auch gar nicht gegessen. Oh mein Gott. Ich hatte gestern mit Martin was gegessen. Aber es war nur die Hälfte. Ich hatte bis zum ersten geteilt. Brüderlich. Wir haben den Fallensteller, glaube ich. Bin ich ganz sicher. Aber ich glaube, die haben den Fallensteller. Aber ich bin mir sicher zu ungefähr 10 Prozent, dass wir den Fallensteller haben. Bist du meinen, die ärgere ich den? Ist ja fies, die Falle, du. Ich sehe die noch nicht mal. Die ist unsichtbar für mich. Later. Nee, ich habe mir gestern ein Essen geteilt. Erinnere mich. Martin kam zu Besuch, mein bester Kumpel. Und wir hatten uns die Hälfte vom Essen geteilt. Das war alles. Mehr gab es nicht. Ist ja auch eine Falle. Das wäre quasi der zweite Spot, wo eine Falle in deinen Würde. Aber ich sage euch, er hat niemals den Killer, ja? Er hat niemals den Killer, wenn ihr absolut schlecht seid, keine Turks besitzt. Jeder ein halbes Schwein, wa? Der war gut. Jeder ein halbes Schwein. Nee, wir hatten gestern eine kleine Tiefkipizza. Also quasi auch Pizza, aber es war halt selbst belegt und so weiter. Aber es war halt so eine kleine, ne? So eine ultra kleine Pizza. Da haben wir uns die Hälfte übernommen. Haben wir hier im Backofen gemacht. Mein Lieblingsessen. Scampi e Spinassi. Ich weiß nicht, wer das sagt. Wenn du mal mal Piano warst, kannst du es dort bestellen. Scampi e Spinassi. Das ist, glaube ich, mein Lieblingsessen. Wapiano. Wapiano. Das hätte ich sehr gerne dort. Kann ich noch empfehlen. Wapiano. Falls es sowas bei euch gibt. Schnappt euch eure Freundin, geht ins Wapiano und bestellt euch Scampi e Spinassi. Das ist eine Pasta übrigens. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie das ist. Ich weiß nicht. Ne, da ich ihn nicht mehr sehe, er wurde aufgehoben. Er wurde aufgehoben. Das war ein bisschen laggy. Ja, wenn ich jetzt sagen müsste, was mein liebes Essen ist in Restaurants, das wäre wirklich Scampi, Spinassi ist eine Pasta, wie schon gesagt wurde, mit Scampis und mit Spinat. Die ist auch kochabhängig, aber wirklich sehr gut. Er will schon nach Fabiano. Ich bin der Meinung, wir könnten ihm helfen. Allerdings sehe ich ihn nicht mal. What the fuck? Ich sehe ihn noch nicht mal. Vermute mal im Basement, ne? Baines hat 10 Euro gespendet. Wo hast du was gespendet? Er sagt, na dann, musst du jetzt nicht mehr hungern. Einmal Pizza, Out and Days. Spargel und Schinken, bitte. Herr Ober. Aber Pronto, bitte. Er kämpft noch nicht mal, ja? Ich habe nur keine Ahnung, wo der ist. Er ist 100 pro im Basement, 100 pro. Danke dir, Baines, ja? Danke dir. Ja, das Ding ist, wenn ich bei mir bestelle, wenn ich bei mir bestelle, ich muss zu meinem 15 Euro Mindestbestellwert erreichen. Willst du mich verarschen? Das hat er nie im Leben gesehen. Einer war nicht mehr da. Leute, macht die Tür auf, ich komme. Ich will nur noch raus hier, hier ist der Horror, hier ist Horror Town. Mach die Tür auf, ich will regnen. Das war knapp, du, ja? Alter, war weiter, du. Mein Gott, du, so ne knappen Dinger hier, du, ja? Leute, Tür auf! Ich will.